Ekahasta-Bhujasana ist die Einarm-Rüssel-Stellung. Fabian zeigt, wie es geht. Aus dem Sitzen heraus bringe ein Bein über die Schulter, sodass der Fuß nach vorne ragt. Dann falte die Hände hinter dem Nacken. Das ist Ekahasta-Bhujasana, die Einarm-Rüssel-Stellung. Eine schöne Übung für die Flexibilität der Hüfte und auch eine gute Massage für die tiefen Bauchorgane.